Und ich freue mich sehr, auf der Bühne hier begrüßen zu dürfen Julia Redler, Ministerin im Europäischen Parlament. Ich finde den Letzten schöner. Und sie spricht heute über Autokraten, Autokraten ein Vorbild sein, wie die EU über das Urheberrecht und die Netzzensur zur Pflicht machen könnte. Vielen Dank. So, vielen Dank fürs Kommen. Autokraten ein Vorbild sein. Ich will erklären, wie möglicherweise mit guten Absichten verschiedene Aspekte der europäischen Urheberrechtsreform uns in den nächsten Monaten ganz massiv auf die Füße fallen werden. Der ein oder anderen von euch werden heute Vormittag schon den Talk von Joe McNamee gesehen haben, der das auch sehr eindrucksvoll zum Handeln aufgerufen hat. Ich denke, jetzt gerade während des Bundestagswahlkampfs ist es extrem wichtig, da aktiv zu werden, weil, wie ihr sehen werdet, auch einige Deutsche bei diesem Thema eine recht große Rolle spielen. Angefangen hat das Ganze mit unserem Freund Günther Oettinger, der hier schon häufiger heute lobend erwähnt wurde. Günther Oettinger war bis Ende letzten Jahres Digitalkommissar und hat in dieser Funktion vor einem Jahr einen Vorschlag für eine neue Richtlinie zum europäischen Urheberrecht vorgelegt. Diese Richtlinie, das kann man sich schon vorstellen bei ihrem Autor, hat eine ganze Reihe von Problemen, die jetzt seit einem Jahr bekannt sind und ich toure seitdem durch Europa und kläre darüber auf, was diese Probleme sind. Die werde ich jetzt etwas kürzer fassen, um mich auf die wichtigsten Punkte konzentrieren, um dafür etwas mehr Zeit darauf verwenden zu können, was sich in diesem Jahr jetzt eigentlich getan hat, was der aktuelle Stand ist und wie ihr aktiv werden könnt, diese Probleme vor der endgültigen Abstimmung im Parlament noch auszumerzen. Konzentrieren will ich mich dabei auf zwei wichtige Aspekte, die beide Grundlagen der Funktionsweise des Internets angreifen und zwar auf der einen Seite das Hosting von Inhalten anderer Leute auf eigenen Servern und andererseits das Verlinken von Inhalten. Zum Hosting, da muss man sagen, also vielleicht in der Generation der Internet-Nerds, die auch in den 80ern schon online waren, da war das etwas selbstverständlicher, dass man seine eigene Website hat, möglicherweise auf dem eigenen Server im Keller oder vielleicht auf jemand anderes Webspace. Aber wenn ich Leute frage, wer alles noch eine komplett eigene, selbstgebaute Website hat, das wird in diesem Publikum wahrscheinlich noch relativ viele Leute sein, aber wenn ihr eure Freunde und Familie fragt, sind das deutlich weniger. Heutzutage für Internet-Nutzerinnen und Nutzer ist die Realität deutlich andere und zwar, dass wir für das Hosting der Dinge, die wir im Internet machen, zu ganz, ganz großen Teilen auf Drittanbieter und oftmals auf kommerzielle, aber eben auch auf Community-Plattformen angewiesen sind. Das hat verschiedene Formen angenommen, sicherlich die bekannteste sind soziale Netzwerke, also anstatt vielleicht ein privates Blog zu betreiben, schreiben Leute auf Facebook, auf Twitter und so weiter und das ist vor allen Dingen seit diese sozialen Netzwerke auch das Hochladen von Videos und Fotos und so weiter erlauben sicherlich die dominante Form der Online-Kommunikation für viele Leute geworden. Es sind auch solche Dinge wie Image-Hosting-Plattformen wie Foto-Community oder auch Flickr. Es sind Universitätsdatenbanken, Repositories, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Fachartikel publizieren. Es sind solche Plattformen wie GitHub-Repositories, wo man seinen Source-Code mit anderen austauschen und gemeinsam produktiv an Projekten arbeiten kann. Das ist nicht nur bei Software der Fall, das können auch solche Dinge sein wie Etherpads. Oftmals sind das Software-Umgebungen, die wir nicht selber hosten, sondern wir nutzen dort eine Dienstleistung von jemand anders. Und das können auch Communities, Plattformen wie die Wikipedia sein, wo Fotos, Texte und so weiter bei Wikimedia Commons hochgeladen und dann in Wikipedia-Artikel eingebunden werden. Und der erste hochproblematische Aspekt dieser Urheberrechtsreform ist eben, dass all diese Hosting-Provider in Zukunft Filter installieren sollen. Und diese Filter sollen dazu da sein, Urheberrechtsverletzungen von euch. Also wenn ihr unerlaubt irgendwelche Bilder hochladet oder Texte, die ihr nicht selber geschrieben habt oder ein Video gedreht hat, wo vielleicht im Hintergrund irgendein Kunstwerk zu sehen ist. All das soll automatisch erkannt werden durch diese Filter. Diesen Artikel werde ich euch jetzt nicht im Detail vorlesen. Ich habe euch auch die deutsche Version davon erspart, weil die so voller Fehler ist, dass man sie leider nicht erklärt. Aber ich will kurz zusammenfassen, worum es in diesem Artikel geht, wozu diese Provider verpflichtet werden. Also Information Society Services, das sind diese Provider, die eben Inhalte hosten und öffentlich zugänglich machen. Die sollen in Zukunft wählen können zwischen zwei Möglichkeiten. Entweder sie schließen wahrscheinlich kollektiv mit den Rechteinhabern Lizenzverträge ab. Das heißt, wenn jemand dort geschützte Inhalte hochlädt, dann zahlen die Hosting Provider dafür an die Rechteinhaber, wahrscheinlich an die Verwertungsgesellschaften. Und sie sorgen dafür, dass das auch durchgesetzt wird, wahrscheinlich eben durch die Installation von Filtern. Oder wenn sie das nicht tun wollen, wenn sie keine Lizenzgebühren zahlen wollen, dann müssen sie verhindern, dass urheberrechtlich geschützte Inhalte überhaupt dort hochgeladen werden. Und dafür müssen sie dann natürlich ebenfalls Filter installieren. Also hier ist die Rede von Effective Content Recognition Technologies. Das ist der eine Aspekt der Verpflichtung, die dort eingeführt wird. Der andere Aspekt findet sich sehr verklausuliert in einem der Erwägungsgründe dieser Richtlinie. Und zwar wird dort in einem Nebensatz mehr oder weniger neu definiert, wer eigentlich haftbar ist für die Urheberrechtsverletzungen, die auf solchen Hosting-Plattformen passieren. Bisher ist es so, wenn ich irgendwie ein Foto hochlade bei Facebook und die Rechte daran nicht habe, dann habe ich eine Urheberrechtsverletzung begangen und nicht Facebook. Und dementsprechend kann ich dafür auch haftbar gemacht werden. Für Facebook ist es so, dass in dem Moment, wo jemand sie darüber informiert, dass diese Urheberrechtsverletzung stattgefunden hat, sie die Inhalte unverzüglich entfernen müssen. Das ist das Notice-and-Tag-Down-Verfahren und das gilt eben nicht nur für Facebook, sondern auch für jeden privaten Betreiber einer Webseite, wo zum Beispiel andere Leute in der Kommentarspalte Inhalte hinterlassen können. Das wird geändert hier nämlich dadurch, dass gesagt wird, also die Hosting-Provider, die selbst aktiv mit den hochgeladenen Inhalten interagieren, nämlich indem sie die Präsentation der hochgeladenen Inhalte optimieren, die sind eigentlich selber aktiv, die machen sich diese Inhalte zu eigen und sind dann dafür haftbar. Das ist heutzutage, kann man an diesen verschiedenen Beispielen durchspielen, selbstverständlich optimiert die Wikimedia die hochgeladenen Inhalte, zum Beispiel indem sie die Artikel suchbar macht oder indem sie einen Artikel der Woche anzeigt. GitHub erlaubt euch automatisch Software-Projekte zu synken. Die Foto-Community, Flickr und so weiter erlauben euch Fotos in verschiedenen Größen runterzuladen. Also alle außer ganz stupiden Webspace-Anbietern sind heute Hosting-Provider, die die Präsentation der hochgeladenen Werke optimieren. Das bedeutet mit anderen Worten, alle Hosting-Provider außer ganz stupidem Webspace sollen haftbar sein für die Urheberrechtsverletzungen ihrer User. Und das Einzige, was sie irgendwie tun können, um dieser Haftbarkeit zu entgehen, ist letzten Endes diese Filter zu installieren. Da fragt man sich jetzt wahrscheinlich vor allen Dingen, wenn man vielleicht so eine Webseite selber betreibt, was soll ich jetzt machen, soll ich irgendwie einen Filter installieren, um alle möglichen Formen von Urheberrechtsverletzungen zu erkennen, wo bekomme ich diesen Filter überhaupt her. Und dann wird relativ klar, eigentlich ist dieser Vorschlag, dieser Artikel nicht auf kleine Plattformen wie zum Beispiel Diskussionsformen und dergleichen zugeschnitten. Man hatte sicherlich auch nicht GitHub oder Wikipedia im Hinterkopf, als man das formuliert hat, sondern eigentlich geht es dabei um einen relativ alten Streit zwischen YouTube und der Musikindustrie. Lange Zeit waren in Deutschland Musikvideos auf YouTube ohnehin geblockt, weil sich die GEMA und YouTube oder Google nicht auf einen Lizenzvertrag einigen können. Inzwischen gibt es diesen Lizenzvertrag. Das bedeutet, es ist überhaupt nicht so, dass Google für die hochgeladenen Videos nicht zahlen würde, sondern das Problem ist, sie zahlen nicht genug, beziehungsweise die Musikindustrie ist dieser Meinung. Und die Idee hinter diesem Artikel ist eben, man verändert die Ausgangsposition, die Verhandlungsposition der Musikindustrie gegenüber Google, dadurch, dass man diese Verpflichtungen einführt. Dabei wird eben jeglicher Kollateralschaden anscheinend in Kauf genommen und, denke ich, letzten Endes solchen Firmen wie YouTube eher in die Hände gespielt, weil das die einzigen sind, die mit diesen neuen Regelungen letzten Endes überhaupt umgehen können. Und das hat folgenden Grund. Also sicherlich im Hinterkopf hatte man bei diesen Inhaltefiltern YouTubes Content ID. Das ist ein Filtersystem, das in erster Linie Musikaufnahmen erkennt. Und das ist zumindest vergleichsweise technisch trivial, dass wenn eins zu eins der gleiche Musiktitel erneut hochgeladen wird, dass man einen Fingerprint nehmen kann und diese Kopie davon erkennen kann. Aber Urheberrechtsverletzungen sind in der Praxis wesentlich komplexer. Zum Beispiel, eine Skulptur kann urheberrechtlich geschützt sein. Hier ist eine Skulptur abgebildet, die ist urheberrechtlich geschützt. Sie steht im Freien, das heißt, wenn es keine Panoramafreiheit gibt, dann brauche ich eine Erlaubnis des Künstlers, diese Skulptur überhaupt abzubilden. Zum Glück haben wir Panoramafreiheit in Deutschland, deshalb mache ich das jetzt trotzdem. Wenn jetzt ein automatischer Filter erkennen soll, ob diese Skulptur abgebildet ist oder nicht, dann muss der wahrscheinlich zunächst mal ein 3D-Modell dieser Skulptur haben und er muss wahrscheinlich durch Machine Learning gefüttert werden. Also ihm müssen viele verschiedene Bilder dieser Skulptur gezeigt werden, damit er über die Zeit irgendwie in der Lage ist, solche Fotos aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu erkennen. Und das gilt nicht nur für Fotos von Skulpturen, sondern eine Urheberrechtsverletzung kann auch sein, die Übersetzung eines Textes in eine andere Sprache, Fanfiction, in der ein Charakter aus einem anderen Buch verwendet wird, sehr viele relativ komplexe Sachen. Und um diese Filter zu bauen, brauche ich einerseits relativ viel Geld, ich brauche Ressourcen und zwar Zugang zu den Rohdaten, das heißt zu den Abbildungen oder Beispielen dieser urheberrechtlich geschützten Inhalte und ich brauche dafür die Nutzung einer Technologie, nämlich Text-and-Data-Mining. Das Problem ist, in diesem Gesetzesvorschlag der Europäischen Kommission ist auch vorgesehen, dass für dieses Text-and-Data-Mining, also das heißt das Befüttern einer KI mit vielen Beispielen, zum Beispiel Beispielfotos dieser Skulptur, dass ich dafür wiederum eine Lizenz des Fotografen brauche. Also es sei denn, ich bin eine Universität, also wenn eine Firma zum Beispiel 10.000 verschiedene Fotos verwendet, die sie im Internet gefunden hat, um eine KI zu füttern, dann müssten sie sich eigentlich dafür Lizenzen der Fotografen holen. Das führt zu zusätzlichen Kosten und letzten Endes ist die Konsequenz davon, dass mit Sicherheit kleine Hosting-Provider, die eigentlich mit dem Urheberrecht nichts zu tun haben wollen, die auch in keinerlei Streitigkeiten mit der Musikindustrie sich befinden und einfach als Kollateralschaden von diesem Artikel betroffen sind, mit Sicherheit diese Inhaltefilter nicht herstellen werden können. Völlig unabhängig davon, dass die Inhaltefilter auch jede Menge grundsätzliche, grundrechtliche Probleme mit sich bringen. Auf die ist Joe McNamee heute auch schon eingegangen. Mir geht es jetzt weniger um den Aspekt, dass das flächendeckende Überwachen aller unserer Uploads mit selbstverständlich ein Eingriff in die Privatsphäre und in die freie Meinungsäußerung ist, sondern mir geht es darum, wer wird diese Filter überhaupt anbieten. Es ist relativ klar, es ist unrealistisch, dass jede Plattform ihren eigenen Filter betreibt. Insofern wesentlich wahrscheinlicher ist, es wird eine relativ kleine Anzahl von Firmen geben, die Filtern as a Service anbieten. Und die relativ offensichtlichen Kandidaten dafür sind einerseits die rechte Inhaber selbst, also die Musikindustrie, die Verwertungsgesellschaften werden die eizigen sein, die überhaupt über die Rohdaten verfügen, also über große Datenbanken urheberrechtlich geschützter Inhalte, die man braucht, um diese Filter zu befüttern. Und andererseits die bösen Internetfirmen, also in Brüssel wird manchmal das Akronym GAFA genommen für Google, Apple, Facebook, Amazon, die eben die Reiter der Apokalypse sind, ein Vergleich, der nicht von mir stammt. Es ist relativ klar, dass letzten Endes diese Firmen am ehesten in der Situation sein werden, solche Dinge zu produzieren. Und damit tragen wir zu einer Machtkonzentration bei. Beim Leistungsschutzrecht, ich muss mich relativ knapp fassen, ist es ähnlich. Also ihr kennt das Prinzip sicherlich aus Deutschland, wo wir das in gewisser Weise schon haben. Also es soll eingeführt werden, ein 20 Jahre geltendes Recht, dass man selbst kleinste Ausschnitte wie Überschriften nicht mehr abbilden darf, ohne vorher eine Lizenz zu erwerben. Das soll auch gelten für eine Überschrift vielleicht, die ich auf Twitter gepostet habe. Die Idee der Verlage ist relativ einfach. Sie denken, naja, Twitter und Facebook werden schon im Namen ihrer User dafür zahlen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Das ist auch in Deutschland nicht passiert. Was wesentlich wahrscheinlicher ist, dass solche Firmen einfach das Setzen von links zu den Verlagsangeboten von Verlagen, die dieses Leistungsschutzrecht nutzen, nicht mehr erlauben werden, weil sie wissen, dadurch entstehen den Usern im Zweifelsfall Urheberrechtsverletzungen, die auch auf die Plattform zurückfallen können. Das bedeutet, was scheren wir morgen im Netz? Also wenn es irgendwie schwieriger wird, die Nachrichteninhalte von vergleichsweise seriösen europäischen Zeitungen zu teilen, dann greifen wir vielleicht eher auf die Inhalte zurück, die aus die dubioseren Quellen kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Russia Today in Zukunft anfängt, Geld fürs Leistungsschutzrecht zu verlangen. Das ist der Grund, weshalb wir gegen diese Vorschläge agieren. Und ich muss jetzt ganz knapp in fünf Minuten zusammenfassen, was die Situation in den drei Institutionen ist. Zunächst in der Kommission. Der zuständige Vizepräsident Andrus Anzip, der anfangs relativ vernünftig war, zumindest im Vergleich zu Günter Oettinger, sagt, naja, es gibt ja Filtersoftware auf dem Markt und die kostet auch nur 400 Euro im Monat. Insofern ist das alles nicht so schlimm. Erstmal kann man sagen, okay, 400 Euro im Monat ist nicht so wenig. Wahrscheinlich ist es auch eher mehr in der Praxis. Und hinzu kommt natürlich, dass das vielleicht für ein Unternehmen tragbar ist, aber sicherlich nicht für eine Community-Website oder das Repository einer Universität. Oettingers Nachfolgerin ist die bulgarische Kommissarin Maria Gabriel, die sich leider bisher nicht wirklich in die Karten hat gucken lassen, was ihre Position dazu sein wird. Sie könnte aber die Verhandlungen durchaus noch beeinflussen. Im Parlament wird es eine Abstimmung geben, also sowohl das Parlament als auch der Rat der nationalen Regierung werden am Ende diese Vorschläge verändern und darüber abstimmen müssen. Und da sieht es relativ schlecht aus bisher. Also zwar gab es eine ganze Reihe von Abgeordneten, die sich zusammen mit mir zum Beispiel gegen das Leistungsschutzrecht ausgesprochen haben, aber zunehmend greifen dort die Parteispitzen ein, gerade auch wenn irgendwo Wahlkampf ist, und sagen, ja, unsere Verlagsindustrie will das aber haben. Und deshalb haben auch jetzt schon mehrere stellungnehmenden Ausschüsse sich für dieses Leistungsschutzrecht ausgesprochen. Die größte Fraktion, die Konservativen im Parlament, die haben neulich die Berichterstatterin ersetzt. Also die ursprüngliche Berichterstatterin für das Thema wurde ins maltesische Parlament gewählt und wurde ersetzt durch den CDU-Abgeordneten Axel Voss. Die einen oder anderen können sich erinnern, das ist ein alter Bekannter, der zum Beispiel dafür bekannt geworden ist, die meisten Anti-Datenschutz-Änderungsanträge zur Datenschutz-Grundverordnung einzubringen. Insofern vielleicht nicht die beste Ausgangsposition und der hat auch gleich dafür gesorgt, dass die EVP-Fraktion im Parlament eine Positionspapier angenommen hat, das sich von den zunächst relativ sinnvollen Vorschlägen der alten Berichterstatterin abgewandt haben. Das heißt, sie sind jetzt für eine Haftung der Hosting-Provider für die Inhalte, sie sind für ein Leistungsschutzrecht und sie sind dagegen, dass Text- und Data-Mining auch von Firmen genutzt werden kann. Dritter Player, ganz kurz, die Ratspräsidentschaft Estland, da wissen wir seit gestern etwas mehr, was dort passiert. Also im Rat führt immer ein Land die Verhandlungen an und die haben jetzt zu diesen zwei Vorschlägen einen Kompromissvorschlag vorgelegt oder man kann sagen, der Rat ist ratlos, denn effektiv sind es zwei Kompromissvorschläge zu beiden Themen. Bei den Inhaltefiltern sind leider beide Vorschläge schlecht, beide Kompromissvorschläge behalten die grundrechtswidrigen und letztlich nicht durchführbaren Filter bei. Der einzige Unterschied ist eben, dass einer davon gleichzeitig auch die Haftbarkeit der Host-Provider ausweitet, der andere nicht. Beim Leistungsschutzrecht sind die Nachrichten etwas besser. Dort ist es so, es gibt einen Vorschlag, der das Leistungsschutzrecht im Wesentlichen unterstützt und einen zweiten, der es nicht unterstützt und sich stattdessen der Berichterstatterin des Parlaments, der ehemaligen, anschließt und sagt, wir brauchen sowas nicht. Hier kommt es jetzt wirklich darauf an, denn in diesem Rat sind ja die Regierungen organisiert, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel die nächste deutsche Bundesregierung diesen Plan B unterstützt, das Leistungsschutzrecht nicht anzunehmen und sich auch gegen die Inhaltefilterwand. Die Netzgemeinde hat bereits ziemlich viel getan, um das Europaparlament zu beeinflussen und das hat auch bei vielen Gesetzgebungsverfahren geklappt. Der Rat ist immer noch in gewisser Weise ein blinder Fleck und ich denke, gerade jetzt müssen wir die Bundestagswahl dazu nutzen, dass ihr eure Parteien, eure Bundestagsabgeordneten fragt, wenn eure Partei an die Regierung kommt, ja was macht ihr denn dann im Rat? Europapolitik ist nämlich nicht nur die Politik der Europaabgeordneten, sondern die nationalen Regierungen spielen dabei eine absolut große Rolle und wenn wir diese Inhaltefilter und das Leistungsschutzrecht verhindern wollen, dann müssen wir genau dort eingreifen und unsere nationalen Parteien zu einer Stellungnahme zwingen. Es gibt verschiedene Initiativen aus der Netzgemeinde, die versuchen das zu organisieren und denen ihr euch gerne anschließen könnt. Zunächst gibt es copyfighters.eu, das ist eine Initiative der Young Pirates of Europe, die über das Thema aufklären, Kampagnenmaterial entwickeln und sich über viel Unterstützung dabei freuen werden. Es gibt auch Informationsmaterial, beispielsweise copybars.com, das ist ein Blog, was von Copyright for Creativity betrieben wird und euch mehr oder weniger tagesaktuell über die Entwicklung des europäischen Urheberrechts informiert und natürlich auch meine eigene Webseite, julia-reda.eu, wo ihr auch alle Informationen zum Thema findet. Ich freue mich später auf die Diskussion mit den anderen, mit Idri, über die europäische Urheberrechtspolitik oder wie man die europäische Politik am besten beeinflussen kann und hoffe, dass ihr alle bei dem Kampf gegen die Urheberrechtsreform dabei seid. Dankeschön.